Willkommen zu einer kleinen Aufnahme. Ich sag jetzt einfach, dass ich nicht aufnehme und ja, es ist so eine Überraschung, dass ich doch aufgenommen habe, dann ein Spiel mit Burn It Down und mir das gibt Känguru, weil ich immer wieder eine Schmiede ist. Welche Stimme? 2,5. Okay, welches Kipp bist du? Ich bin Känguru, weil ich wegen Schmiede und so, hey. 2,5. Komm schon. Ich hatte es noch nie, dass die Server bei mir am Anfang gelten. Das ist, ja, keine Ahnung, das liegt jetzt nicht am Internet, das liegt jetzt irgendwie am Server. Früher war es bei mir schon mal so, jetzt ist es einfach wegen dem Internet. Okay, ich hätte auch Känguru, hier müssen die ganzen Ränder. Ich habe die Schmiede auf dem Kopf, ich bin ein Schweden. Mann, oh wie geil. Wir haben beide Eiswerte und beide Eisenhose. Ööööö, geil. Okay, ich bin jetzt auch bei der Schmiede. Ja, hier ist es um 300 minus 200. Richtig geil, Alter. Alles Spiele, die sich gelohnt hat, tut mir leid. Als ich schon wieder in der Spielenrunde bin, in der Burned Down-Aufnahme. Oh Gott, die sehen jetzt alle immer, oh mein Gott, Sven ist voll der Noob, er kann nur zu Schmiedenrennen und dann gewinnen. Das habe ich unter deinem Video ausgewiesen. Aber, es ist einfach so, ihr könnt einfach überhaupt nicht mehr gewinnen. Auch wenn ihr Känguru seid, auch wenn ihr halt ein anderes Kid seid. Ihr könnt einfach nichts mehr gewinnen. Ich weiß auch nicht, was es ist, aber ihr könnt aber nicht mehr gewinnen. Alleine geht es nicht mehr. Und ich nicht wissen, why. Und ich nicht wissen, why, Alter, hier Beste. Äh, wie sieht es denn aus, Kordis? Äh, 360 minus 145. Du, läufst jetzt nicht vor mir weg. Jo, wahrscheinlich. Hab ihn. Okay, ich trage dich. Und der da hinten läuft auch nicht vor mir weg. Du, auch nicht, nein. Nein, sorry, ich teame nicht mit dir. Einfach nur so ein... Typ, der will anders verfolgen, tut mir leid. Nein, ich schuße hier nicht. Der hat McDonald's Skin, sehr schön. Und nochmal einen Typen gekillt, sehr schön. Okay, er hat einen Häuschertmann, der kann nichts, aber er kommt mit nicht. Komm mal her, der ist ein bisschen gut. Oder hat ein bisschen Hacks, eins und beiden. Pass auf, der ist ein bisschen jung. Was bringt die bitte nehmen, wenn er hier runterfällt? Äh, Gott, da unten! Oh mein Gott, die Tänzen hören. Ja, wollen wir da runtergehen? Ja, ich hab da auch Pilze runtergeschmissen. Hier sind die. Ja, ich bin hier am Stöße. Warte kurz, ich höre mir kurz die roten Pilze. Weil wenn der nicht hält. Achtung, Creeper. Pass auf. Nein, die Alte ist. Ich geh jetzt mal weg. Okay, eine Suppe, ich hab noch eine Suppe. Warte, hau ab, hau ab. Ich hab... Oh shit. Ja, Mann. Oh, tut mir leid, ich muss jetzt auch töten mit Schild. Süße. Ah, den Schilder-Trick. Ah, den Schilder-Trick. Habe ich noch eins für dich. Ja, ich hab jetzt mal schilder. Noch eins für dich. Noch eins für dich. Ich hab sieben Stück. Hab acht Stück. Ach Mist. Komm nicht klar, ich hab jetzt so ne Sprint-Taste da auf der Maus. Zehn. Also hat der jeder, bloß für mich ist es halt neu. Und irgendwie drüge jetzt die ganze dann immer rechts gegangen, da drüben hast und dann setze ich die ganze Schilder. Ja, ja. Ja, ja, das halt nur ein kleiner Hup, weiß man ja. Oh, das bist gar nicht du. Da steht ein Full Iron. Ich komme. Ich komme. Halten sie durch. Da 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 gar nicht voll Iron. Da 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 da. Mach bitte noch mehr Schaden. Durch die Buste, ne ich dachte lieber du bist Kangaroo. Oh die haben aber fair hier gegen den Team gekämpft. Fair geteilt. So ich mach mir noch ein paar Suppen. Ich dachte okay, ich habe Schwein gekommen. Wenn er is. ein aber vor allem aber wenn man damit auf ich habe eine Schnauze muss und nicht ganz reden unterhaltig sind und da halt die Zuschauer Naja ein Tor nicht nur so ab und wenn man täglich abtätigt hat die Rüstung oder die richtige Geist im Toro Na du, wie geht das ihnen? 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 Wie geht das ihnen gut? Sieht lag in einem... BR. Hey, der bekommt nur Knockback. Ich merke's, ja der ist BR und hat Anti-Knockback. Ja komm, wir kämpfen gerade, wir kämpfen gerade, wir kämpfen gerade, der meiner mit dem Endschock-Kit. Oh man, immer diese BRs. Ja, jetzt kommt der Schwein hier wieder mit Knoo. Tut mir sorry. Aber ich muss noch mal eine Runde in einem fucking Game geben, die man auch mal gewinnt. Ich kann, man kann HG im Moment überhaupt nicht mehr gewinnen. Ich will einen. Warum Tower? Da hätte es einer. Hallo? Tut mir leid. Oh Team, Team. No Team. Sorry Bobi, tut mir leid. Tut mir leid. Aber ich hab beinahe vergessen zu suchen. Das wäre nicht schön gewesen. Das wäre aber nicht schön gewesen. Das wäre aber nicht schön gewesen. One-Wisser-Prockelzix. Tut mir leid. Oh, der hatte Karotten. Geiler Tower da oben. Oh Gott, mein Mentor schaut richtig geil aus. So, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ja. Armin. Das wäre ein Diamant. Wäre auch doof gewesen, hättest du ihn nicht. Ja, das wäre echt scheiße gewesen. Ich hab 7-1. Brauchst noch irgendwas von einem. Rüstung. Hier kann ich den machen gleich. Ey, hier liegen noch so Unfall. Ah, du hast eh fünf. Nee. 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 Nicht mehr. Nee. Fehler wollte ich jetzt nicht mehr. Oh, ich hab Rote. Okay, ähm, ja warte. So, so. Match him up. Match him up. Oh, der stummt. Hallo. Hä? Alles in zwei. Ich bin oben. Falls ich falle, musst du Magen. Bin ready. Oh Gott, Alter, was mach ich denn hier? Ja, einer ist so. Ich hab grad richtig komisch irgendwie was gemacht. Hast du überlebt? Ja, ja, und da hättest du auch noch einer, wenn ich den Cracker. Ja, da hättest du dann... Dann chope Magen. Ja, gut, dann mach's halt nicht. Ja, gut, die wollen, dass wir da hingehen. Die wollen das einfach. LOL! Ja, leider, wahrscheinlich. Wo, wahrscheinlich hier, hallo. Ey, das ist ein potenzieller Freakill eigentlich, aber eigentlich auch nicht. Hä, der eine hat's überlebt. Ja, ich werde damit hoch, weil ich werde hier ein bisschen to be won't. Aber nur ein bisschen. Ich seh's. Ah, lol. Der eine ist halt, oder? Keine Ahnung, ob der eine Heiko ist, aber... Fall runter. Den einen hab ich. Shit. Nein, ich muss MLG schaffen. Beschafft. GG. Der andere, nice. 41, rote hatte der nice. Besser geht's. Ja, soll ich jetzt Action-Maxen? Oh, da kommt dann noch einer. Hallo. Ja. Ohohohoho. Der die, alter... Ach so, ne, 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 der hab ja jetzt mal geschlagen. Oh, Gott. Alter, meine Fresse. Hallo, ich bin hier. Oh shit! Ja toll, jetzt gehen alle Mobs auf mich. Oh Gott, Alter, was mach ich denn hier für ne Scheiße? Digga, was ist denn los bei mir gerade? Ich hab von Uneigen gespielt. Ja gut, ich hab heute noch keiner zuerst mal Kid Pee Pee gespielt. Ich hab auf meinen Kids heute iFuck gespielt. Ja. Ja gut, da du ja eh den Win bekommst, weil du aufnimmst. Äh, werd ich einfach mit Yono machen. Äh, ich muss einmal die schaffen. Nein! Was ist der für ein Kid? Ich weiß es nicht. Mage schon am besten, auf jeden Fall ist er kein Ender Mage. Er ist auf jeden Fall, Mage einfach runter. Wer? Och Mann, ooooh! Ohoho! Alter Armour! Ich höre mich mal kurz. So Leute, ich hab jetzt gemutet. Egal, dass er es von dieser Runde hat. Ganz ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hab einfach auch mal aufgenommen. Obwohl ich nicht, obwohl ich gesagt habe, dass ich gar nicht aufnehmen werde. Vielleicht freut euch, dass ich dann bis auf jeden Fall auch bei Burn It Down vorbeischauen. Sein Channel ist in der Videobeschreibung. Leider habe ich gerade nicht MED geschafft. Aber ist ja auch egal. Ich hätte mir den Win gegeben. Und ja, dann war es das. Und ich hoffe, dass gleich Burn It Down noch gewinnt. Er kann gar nicht an den Typen sterben, weil er Ender Mage ist. Von daher, ähm, ja, wenn ihr fragt, was das für ein Pack ist, was ich hier in der Aufnahme benutzt habe. Das ist das Pack von elektro-de. Was ich gerade für ihn erstelle, ist noch in der Alpha-Phase. Alpha, keine Ahnung. Oder Beta, Alpha, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das noch nicht ganz fertig. Weil es eigentlich nur Test in der Runde dachte mir einfach so, hey komm, nimm sie doch mal auf. Und ja, die Runde war nicht ganz ordentlich, obwohl ich nicht so viel geredet habe. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Und ja, dann verabschiede ich mich. Und tschau, haut rein. Ach, und wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich möchte auch noch mal entschuldigen. Dafür, dass ich einfach mal wieder mal kein Google-Spieler werde.